Wir packen die Bestellung von der lieben Layla. Sie hat sich direkt für zwei Samyang Carbonara Bundles entschieden. Das sind insgesamt zehn Packungen. Und dann hat sie sich noch für zwei Takis Pro Heat Bundles entschieden. Und das sind auch zehn Packungen. Als Dankeschön drehen wir dreimal am Glücksrad. Und dein erster Gewinn sind die Takis Guacamole. Dein zweiter Gewinn ist eine Fanta. Und dein dritter Gewinn sind wieder die Takis Guacamole. Du bekommst von mir die Fanta Jasmin Blüte um 40 aus China. Und natürlich zweimal Takis Guacamole. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit deiner Bestellung.